Und willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead, Michonne. Ja, wir müssen herausfinden, was unser Boot hier zum Stoppen gebracht hat. Vielmehr die Steuerung und so weiter ist alles im Eimer. Und dafür haben wir vom guten Piet ein Fernglas bekommen und eine Taschenlampe. Und ja, wir leuchten jetzt einfach mal hier runter. Guckuck, ist da was? Nö. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie wir das jetzt machen. Ob wir das Ganze jetzt am Stück durchmachen, weil das ist ja nur ein Kapitel. Das wird nicht so lange dauern von der Spielzeit her. Oder ob wir halt getrennte Folgen machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir zocken das jetzt mit einem Mal durch. Fernglas in die Ferne gucken. Wir nehmen das Fernglas, genau. Mithilfe der Maus umsehen. Das kennen wir. Aber es sieht so aus. Es sieht nicht nur so aus. Es ist viel zu neblig. Und man sieht nix, wie sie sehen. Nicht wirklich. Taschenlampe über die Kante sehen. Wir nehmen die Taschenlampe. Uh-oh. Da ist es. Hey, Pete. Wir haben uns über die Taschenlampe über die Taschenlampe. Wer will das schon? Da draußen kann es richtig schlimm werden, so geht es uns allen, genau. Der Berto. Äh, ja, müssen wir wohl irgendwie da runter, würde ich sagen. Einer von der Bande muss ins Wasser. Achso, die kaputte Takelage, die habe ich mir, glaube ich. Noch nicht angesehen. So. Vielmehr in dieser Aufnahme-Session letztes Mal haben wir es schon angeguckt, aber ich musste ja wieder so ein bisschen nachspielen. So, reden mit Pete. Ja, wer könnte schon heute ihm? Ja, toll. Und wie machen wir das? Lieber Pete? Lieber Pete? Ach, hier müssen wir auch noch. Äh, zur Küste sehen wir neben auch das Fernglas. So, das sieht doch schon besser aus. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Wie heißt das Schiff? The Compagnon. Okay. So, jetzt müssen wir dann aber wahrscheinlich mit Pete quatschen, ne? Oder bringt uns das jetzt weiter? Ja. Find anything? Yo. So a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever's shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need Pete. Gut, sehen wir uns die Fähre an. Äh, Wettstein, Machete, ich glaube, wir nehmen als erstes den Wettstein und dann die Machete, ist glaube ich egal, aber... Cool. Bewege den Mauszeiger schnell hin und her. Also, warte mal. Hä? Okay, ich muss ihn gedrückt halten. Wunderbar. Kommandierst du mich jetzt noch um, das ist der Plan. Genau, das ist der Plan. So wird es zwar wahrscheinlich nicht laufen, aber... Come on, let's get going. You ready? Auf geht's. Ladebildschirm Laden, laden, pomaden Errungenschaft freigeschaltet. Companionship Das ist immer ein gutes Zeichen, ja eigentlich nicht, ne? Ever the optimist. Jetzt kommt's. Piraten sind cool. Wir haben ne Menge Scheiße durch, ne? Stellen Glückwunsch, es gibt nicht viel, worüber man lachen kann. Nicht viel zu lachen über diese Tage. Nicht, dass es niemals aufhörte dich. Being grim about it, does that make it all okay? You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody, I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. I keep expecting to wake up and find this dingy gone, and you with it. Ich mag euch doch. What can I say? You're not terrible company. Hahaha. I'm flattered. When we met you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. Hätte ich nie getan, ich hab nichts dagegen allein, sondern es hilft mir sehr, auf dem Boot zu sein bei euch. Aber einmal weglaufen, das geht doch auch nicht. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself, I liked it that way. But after a while, I just... Oh no! Bam! Show, right? Und cool! Bam! Das ist hier... Dingensbums. Wie ist der Film? Ich weiß gar nicht. Egal, war sowieso schlecht. Das weiß ich. War ein schlechter Film. City of the Dead? Ja. Oh nein, Pete! Äh... Ah... 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 Oh... Cool! Und wahrscheinlich gleich E. Ah... 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 Und nochmal. Gut, dass wir das Ding geschärft haben, ah? So. Aber jetzt ab zu Pete, würde ich sagen. Ach, da ist er ja schon. Der Sack. Mal lässt er uns hier ganz alleine zurück. Das ist ja lieb. Das ist ja sehr nett von ihm. Aber er zieht uns wenigstens raus. Das kannst du laut sein. Das kannst du laut sein. Lachst du etwa? Danke für die Rückendeckung. Das war ja auch ironisch gemeint. Das war ja auch ironisch gemeint. Mobjack. Ow, ow, ow. I don't like this. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Irgendetwas hat ihnen Angst angeln. Die sind wahrscheinlich tot. Vielleicht sind sie drin. Kann ja sein, ich glaub's da nicht. Such mir nach deinen Freunden, wir müssen zurück, wir finden eine Lösung. Die Leiter oder das Fenster, was nehmen wir? Äh, Streuner, gucken wir erst mal an. Jo, aber erst mal umgucken. Erst mal umgucken, wir schauen. Ein abgetrennter Arm. Das erinnert mich an einen gewissen Herrn Lee. Der hatte auch mal einen abgetrennten Arm. Ansehen, geschweißte Platte. So, Leiter, die untersuchen wir erst mal. Und das Fenster. Okay, ich hasse Entscheidungen. Fenster, Leiter, Fenster, Leiter, Fenster, Leiter, Fenster, Leiter. Gemalter Name. Gucken wir uns das erst mal an. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen die Leiter. Das ist nicht ganz so gefährlich. Da oben haben wir mehr Platz als hier in der Kajüte. Aber fallen uns die Raben an? Geht das Ding kaputt? Wir fallen nicht, oder? Wehe, der fällt. Wehe, dem. Ich hau ihn auf die Schnauze, wenn der da runterfällt und sich fressen lässt. Mach doch hinne! Wehe. Wehe, du fällst da runter. Komm, wir sind die. Lass ihn los, du Penner! Passenger Deck, du bist hier. Uh-huh. Wehe, wehe, wehe. Es scheint, dass dieses Ort mit jemandem zu Hause ist. Es ist einfach viel zu ruhig. Ja, klar. Natürlich. Es ist locker flockig. Da war jemand ziemlich dick, der sich da drauf gesetzt hat. Da kann ich nicht langen. Da liegt irgendwas, das ich nicht nehmen kann. Floßschrank. Öffnen. Nothing but a Hunk of alten Metal. Ein Metallstück, das gucken wir mal an. Ja, und dann nehmen wir es mit. Wir holen es ab. Metallstück wartet darauf, im Ballparadies abgeholt zu werden. Das Ding brauchen wir bestimmt, um irgendwas hier aufzubrechen. Die Tür wahrscheinlich. Vielleicht finden wir etwas da unten. Das wird bestimmt lustig. So, open the door. Natürlich ist sie abgeschlossen und... So. So, Machete, Tür verwenden. Ne, die geht doch dann bestimmt kaputt. Wir nehmen die Stahlstange. Danke. Ach, ist das cool. Rechtsklick zum Verlassen. So, da hätten wir... Und der Arm da draußen. Ich, ähm... Ich vermute nichts Gutes, wenn ich das hier ansehe. Ich mach's, komm. So ein bisschen verarschen. Halte es gedrückt, um hineinzufassen. Da krabst du uns doch gleich irgendwas an. 100 Pro. Komm schon, mach doch. Mach hier ne. Da liegt doch einer da vor. Ach, jetzt muss ich hier wieder drauf knüppeln wie so ein Irrer. Komm schon. Sind es bekannte Gesichter? Also, für uns wahrscheinlich unbekannt, aber für Pete womöglich Bekannte. Ja, ich... Ich dachte schon. Kabelbinder, Schusswunde... Whoever did this, made sure they wouldn't come back. Their wrists are zip-tied. They couldn't fight back. These people haven't turned. They were executed. Jesus. Holy shit. Don't leave us here. We want to come with you. Stay here. I'll be back soon. Holly, when are you coming back? Die Kinder und so, weißt du, ne? Ich geh da nicht runter. Ich geh da nicht runter. Nee, ich will nicht. Ich will da nicht runtergehen. Und, ähm, kann ich da? Ja. Oh, du Scheiße. Aber weißt du was? Wir machen hier einen Cliffhanger. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.